Ich mach jetzt Sniper 1 gegen 1 gegen Willi. Traust du dich, Willi? Ja, komm ran hier. Komm, boah. Guck mal jetzt, was dein Freund für Macher ist. Ich f*** jetzt Willi, was er braucht. End Call of Duty. Irgendwas ist gerade passiert. Wer fällt denn da aus? Wisst ihr das? Okay, okay, aufklären bitte. Nico, hör mal zu. Guck dir die Killcam noch mal an. Autoverzeichen Taktik vielleicht noch mal rein. Orange Morant ist gut. Warum gebe ich ihm Hitmarker? Das war nicht ganz ein Quickscope, muss ich sagen von mir. Aber war auch kein absoluter Hardscope. Und mir kam vorne ein Chat und meinte, Junge, red nicht so viel. In dem fucking Turnier einfach in Stellung einfach nicht reden. War nicht so alt, ich habe die Klappe. Das ist so ein Keck. Hitmarker? Warum gebe ich ihm Hitmarker? Oh, du musst auf Oberkörper. Faschisu. Also Kaiser und so, deren ganzes Internet ist so aus. Nico, ich bin blutrünstig, ne? Ich war damals ein F***. Das verstehst du ja nicht. 5-0. 6-0. Und weg. Warte, schau ich mir an. Tuck's dir an. Und weg. Mach weg. Koray vielleicht noch mal ein Video daraus machen. Vielleicht noch mal ein Video daraus machen, Koray für den zweiten Kanal. Orange um orange ist gegangen. Warum? Die Slots oder was? Hehehe. 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 Aber du gehst... Hehehe. 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 Ich nehm gleich ne Waffe, ne? Hehehe. 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 Schau's dir an! Schau's dir an! Hehehe. 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 Und raus. Auf Oberkörper, Bro! Willi? Jaaa. Da kracht's aber schon, oder? Jaaa. Da kracht's. Da kracht's in Mannheim. Das ist ein kleiner Systemausfall, Mann. Willi, also ich hätt jetzt mein Geld auf dich gehabt. Kannst du jetzt mal... Kannst du das mal anfangen? Hehehe. Guck mal, guck mal. Digga. Also ich hätt jetzt mein Geld auf dich gewonnen. Mach mal Neustart. Mach mal Neustart. Mach mal Neustart hier. Eli ist ein Snipen zehnmal besser jetzt. Neustart? Warum schreiben die das zu, dass du gegen mich eins gegen eins willst, Eli? Ich mach euch weg. Komm mal ran. Komm mal ran, komm mal rein bitte. Sniper eins gegen eins. Du gegen mich? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Beim Snipen bin ich nicht so gewusst. Aber, also Eli, willst du gebrochen werden jetzt, oder vorm Turnier dann nicht? Komm, spiel. Ich mach euch beide nackig. Ich mach euch beide nackig. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bist du dir sicher? Ja. Nein, Mann. Ich will ein bisschen gucken. Schau zu, Melle. Weg. Was? Erzin, guckst du dir nochmal hier ein Tutorial an, oder wo bleibst du? Ich muss kurz meine Snipen rein. Ich bin drin, komm. Okay. Ich kann aber Snipen gar nicht, ne? Also Snipen. So gelogen. Also lüg doch jetzt nicht on-stream. Ich mein's. Das ist ja so gelogen. Mhm. Und da hast du eins, Erzin. Erzin, war mir stolz. Erzin, ich bin sauer auf dich, wenn du's da bist. Ne, ich bin stolz eigentlich. Wenn Miki, äh, wenn Eli. Miki. Miki. Und weg. Er kann ruhig reinkommen, oder? Wir machen alle. Nein, 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 nein. Ich will sehen, wer dich bricht. Okay, dann schau ich auf Eli. Ah. Ah. Hier ist aber ein zweiter dran. Jungs, warte mal ganz kurz. Wollt ihr das nächste Match angucken kurz? Ne, warte. Ich mach's. Okay. Ich muss ihn kurz brechen. Digga, ich liebe Flick, das war immer gut. Ja. Was ist das hier mit Flick? Auf den Kopf, Erzin. Also wenn du jetzt gegen Erzin gibst, dann müssen wir machen. Warte, sei mal ganz kurz. Das kann ja nicht sein. Erzin, Erzin. Guck mal, ey Bruni. Was ist das hier? Bro, er kriegt dich ja komplett. Bro, Erzin. Warte. Nein. Nicht komplett in den Mund. Nur ein bisschen. Ja, aber gegen Erzin zu gewinnen ist schon... Warte. Nein. Ah, ich hab das Ding. Alles gut. Alles gut, Matze. Schau jetzt. Nein. Oh. Ich hab das jetzt. Ich hab's gecallt. Erzin, das ist ab und erst die alle fickt. Der fickt hier komplett. Fünf, fünf. Es gibt bis dreißig übrigens. Bis dreißig, ne? Sonst ist immer mehr Punkte da. Schau bei eh in dem Team. Erzin. Erzin. Lass mich ausdrehen jetzt. Die zoopt ein bisschen langsam ran. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah la, 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 la. Erzin, schenk es dich auch irgendwie an. Aralalalalala! Blut röt sich. Nein! Nein! Er ist die... Er ist die... Wissen und ein Knecht. Er ist die ganze Saison Ego-Wordomont. Du Präst ihn gerade. Du Präst ihn gerade. Du Präst ihn gerade. Junge, er steht doch auf Blut- und Zerstörung ist einer Sniper. Nein! Wann Osego? Junge, weißt du, dass ich das ein bisschen auch extra mache? Weißt du diese Team-Chief sich stärker? Jaja, was hier soll ich meine? Sjurg' mal, und weißt du was? Die meisten Leute in deinem Chat glauben, dass selber nicht mal das gut geht. Doch! Ich war damals, ich war damals ein Sniper-Hero-Challon. Kofi-Sniper, Face-Clan, Face-Eli. Ui, bitte! Das ist 30 jetzt, ne? 30, ja. Das ist ja... also... Scheiße. Ich hab das Ding, Matze, schau jetzt. Ich schau dir zu, ich schau dir zu. Ich bin auch auf deiner Seite so. Aber das kann ja nicht sein. Matze, das Spiel ist gar nicht ohne Spaß. Lass mal irgendwas an. Das war MV3. Was spielst du hier? Let's go, Baby. Ich bin zurück im Game. Nein, ich wollte dich nur nicht hardscopen. Ah, Jungs. Das ist viel zu spannend gerade. Ja! Was ist das? Wette, gewinne dich aber dann verliere ich jetzt. Ah! Egal! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das würd mich denken... Das kannst du doch nicht ernst machen, ne? Das würd mich jetzt brechen! Nein! Das Video wurdest nur zum Zuschauen geladen. Ja, wie du! Digga, ich hab dir zwei Hitmarker gegeben. Let's go, let's go, let's go! Oh mein Gott! Lächerlich! Ah! Oh nein! Er kämpft da oben! Du hast noch fünf Stück! Vielen Dank! Was ist denn das alles hier? Das sind Kerne. Ja! Nein! Digga! Ich hab das Ding jetzt! Ja! Ja! Wird nicht denken! Das gibt's nicht! Let's go! Genau so, Junge! Einen noch! Einen noch! Für die Unsterblichkeit! Gegen Pro Airseen! Ja! Let's go! Let's go! Ey Jungs, tschüss! Ich wollte doch... Wirklich! TGs, TGs in die Chat! Er hat sich stark gespielt. Wirklich! Ein Matsi nervt mich nicht ne! Wirklich! Du warst auf Dings deiner Seite ne! Ey, es war so... Real Talk Eli, warum kannst du das so ganz so? Er hab früher immer gespielt. Immer Quickscore... Eli, komm, um fünf Subs! du hast es gegen er sie gewonnen ja ich mich manipulieren das gewinnt wenn er ist also spielen ich schwöre er soll seine stellung spielen nein mann okay okay das ist unfassbar settings ich war so drauf ich schwöre es mir auch ein bisschen den spaß genommen ich habe gedacht wird ein cooles eins gegen eins nein ich war drauf ich war drauf ich war drauf wenn ich auf deiner seite muss mich wirklich etwas richtig ich war die ganze zeit für dich ich hoffe du verlierst so hart mehr unglaublich wieso machst du auch ich kann immer seine schwinge schütze springen ich hab dir aus ein zeit okay warte mal das ist sehr respektlos das war echt sehr gut gespielt ich dachte du bekommst links was war hartscope ein bisschen ein bisschen unkorrekt aus versehen hier schwierig statt schwieriges thema ein was jetzt wirst du sehen kollega ich habe jetzt meine aber wo soll ich denn da es in oder emp er sieht man erst mich doch mal in ruhe bist du bitte ja was soll ich da machen ohne aber ich habe keinen platz mehr für das emp system ich müsste dann eventuell vollmantel oder so weg machen versuch es mal ich bin auch mal er sie kannst du mal gut spielen machen wir schon wieder anhaltiger hält keine ahnung was du da machst das gefällt kann wirklich auf der stelle ich bin echt nicht mag aber warum denn gut vielleicht ist auch einfach nur eh ein guter spieler warum würdest du nicht mal ich habe ich dachte eigentlich erst immer top 2 aber ich bin so stolz ich bin so stolz auf mein mate komm mal da rein und mach mal dasselbe digga reg mich doch nicht auf also wirklich was sehe ich hier wie schnell tötet der mich wo seid ihr drauf wir sind in nuketown äh ciao da steht zwei von acht jetzt aber jetzt in der junge ich treffe er sie nur ja stark weißt du so nicht gegen ein team jetzt okay kaiser hat mich viel mal hintereinander geholt das war ja komplett arbeitsverwertung wer hat 84 ich weiß noch nicht wer das team ist mit dem orangenen team 85 jan und so welly hinten den augen haben weg kaiser annehmen die morgen früh morgen früh morgen früh morgen früh wo bei jedem dem stark will die ja auch die anderen noch ein bisschen kaiser hat jetzt auch die also die haben das extremst gut ich glaube die haben das ich habe kaiser gemessert ja die haben das also das war zu zweit auf kaiser das war zu zweit er ist in dem ding er ist in dem er ist im haus drinnen wo ist ein strange er hat mich gemessert der kleine wo ist der wo ist der wo ist der wo ist der er ist im haus da drüben der wandelt damit nicht okay willi hat mich auch gemessert okay ich bin weg ja okay weiter okay falscher fuß in der mitte in der lücke er legt die garage weg kaiser ja weg schießt auf sein leiche warte hier er kommt wieder er ist garage er ist oben er ist oben aber jetzt essen die noch oh man ich kann es ich will zocken meine finger kippen er hat geschwitzt 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 er möchte nicht fallen ich habe ihn wieder geholt willi hat voll geschwitzt wieder raus raus mit ihm er möchte nicht fallen und ich möchte mit christian ronaldo mich treffen wird aber auch nicht passieren ok er zieht langsam ok er ist weg und weg er hat wirklich geschwitzt ich habe ihn geschwitzt weil er scheiße ist nicht mehr ach sorry nein zu mir nach Hause sie würde eine alleinerziehende Mutter Diego würde nicht da sein vielleicht wird Diego auch ein alleinerziehender Vater nein die können ja bleiben bei ihr sie braucht drei Jobs fertig ok Diego braucht drei Jobs damit er seine Kinder versorgen kann weg ja Junge so nicht oh god nein was Monte gerade macht Monte hat sich so Schnitzel bestellt mit irgendwas mit Kroketten und da ist keine Zitrone dabei er sucht das an und lässt die Zitronen zu sich liefern das was der Junge bestellt hat ja ja er lässt sie das Ding er lässt sie jetzt antrauben wegen der Zitrone Digga mein Junge der soll jetzt einfach mal starten der kann doch nicht 140.000 Leute insgesamt warten lassen wegen seiner Zitrone also ich sag auch als ob der Mann keine Zitrone zuhause hat ja auch wenn Digga dann ess sie ohne hey ich vertraue dir ich weiß das war hart aber wir sind Sieger wir müssen das jetzt holen ja ich brauch dich jetzt in der Stellung wie so eine Statue dass du da nicht rauskommst ja ja klar was sonst wir sind ja nicht hier um zu verlieren oder? ne Elis ein Biest der Junge ich schwöre er hat den inneren BO2 Spieler aber den 12-jähriger er ist der 12-jährige Elis ja er ist gerade der Schulschwänzer von damals ich bin der Schulschwänzer von damals BO2 so viele Stunden geschwänzt Mathematik warst du ehrlich? Digga weißt du naja ich hab schon viel gezockt als Kind als Kind war ich ein Zocker hallo bitte sag mir nicht dass du nochmal angerufen hast wegen der Zitrone und deswegen wir jetzt hier warten wegen deiner verschissenen Zitrone bitte sag es nicht nein wir essen gerade wegen isst ihr schon oder wartest du bis deine Zitrone kommt und dann erst gegessen wird du hast deine Zitrone bestellt wegen der Zitrone Digga ich sitz hier mit 3 Stunden Schlaf und er wartet auf seine Zitrone Jett das ist mir völlig scheißegal du ich weiß ja ich bin hier gerade zu dem Essen was willst du von mir? ich lege gleich diese ganzen Daten von diesem Turnier und dann an alle Hacker nochmal ran da vergesst aber nicht Digga wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steigschweißen ich hab im Glashaus Digga genau dieses Bild hab ich auch von dir mein Freund Marcel Ehres doch doch ich hab deine Adresse ich hab deine Adresse ich hab deine Adresse weil ich die heute warte mal doch doch du hast die Zitrone heute geschickt mein Freund und die wurde weitergeleitet in die Vitavent ja genau Digga jeder Schwanz jeder jeder Schwanz kriegt man hier die Vitaventen geschickt Digga Elevate hier Vitaventen da Digga nur Onkel Monty kriegt der nicht richtig abgehoben soll ich dir so wie du ja Digga weil ich Angst hab dass du dir damit deine abschmierst Digga also für einen Elev du benutzt Valenciaga T-Shirts für deine Nase Digga da will ich nicht wissen es kann sein dass du das Elevate T-Shirt für Arschabwischen benutzt mit Vitaventen oder mit Elevate wahrscheinlich mit bald Digga ne oder an und zu mach ich gar nicht gleich bei Elevate hehehe okay gut das Solid dritte du evangelis oder du 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 Bis zum nächsten Mal.